Malese am Marmara Meer. Eine Plage von sogenannten Meeresschleim bedroht das Meer hier südlich von Istanbul, der größten Stadt der Türkei. Diese gräulich schleimige Schicht aus organischer Substanz gefährdet sowohl das Meeresleben als auch die Fischereiwirtschaft in der Region. Häfen, Küsten und weite Teile des Meereswassers wurden von der zähflüssigen Substanz bedeckt, die teilweise auch unter die Wasseroberfläche gesunken ist und das Leben auf dem Meeresboden zu ersticken droht. Der türkische Umweltminister Murat Kurum rief auf, an der, wie er es nannte, größten Aufräumaktionen im Meer teilzunehmen, die am Dienstag beginnen sollte. Der Minister sagte dazu, Wir werden das Marmara Meer unter Schutz stellen. Wir werden in drei Jahren alle notwendigen Schritte unternehmen und alle Projekte umsetzen, die nicht nur die Gegenwart, sondern hoffentlich auch die Zukunft des Marmara Meeres retten werden. Kurum sagte, man wolle den Stickstoffgehalt im Meer um 40 Prozent verringern. Aus der Wissenschaft heißt es, wachsende Umweltverschmutzung trage zur Ausbreitung der organischen Substanzen bei und verschärfe hier den Klimawandel. Der ungeliebte Meeresschleim enthalte eine Vielzahl von Mikroorganismen und gedeihe vor allem, wenn nährstoffreiche Abwässer ins Meer fließen.